Hallo, ich bin René von der Schießschule Becker und wir wollen mit dem Schießen gehen, euch mal einen Schweden Mauser, einen M690 im scharfen Schuss zeigen, Kaliber 6,5 x 55 schwedisch. Wie ich finde, eine sehr schöne Waffe, schießt sich sehr, sehr angenehm. Mir macht sie mehr Spaß als der Karabiner 98K, weil sie auch nicht so brutal tritt, meine persönliche Auffassung und Wahrnehmung. Auch sehr präzise, macht unheimlich viel Spaß, aber sieht selbst bis gleich auf der Schießbahn. Ich bin nicht nur die Schwedenik, aber sieht selbst als die Sch Das war's. Ja, wenn ihr Lust habt, hier mal mit so einem Schwedenmauser zu schießen oder mit einer anderen Waffe, dann würde ich mich sehr freuen, euch bei dem entsprechenden Schnupperschießen bei uns bei der Schießschule Becker begrüßen zu dürfen. Seid ihr angehende Sportschützen, euch fehlt noch die Sachkunde für Sportschützen, dann bucht doch den entsprechenden Kurs mit Prüfung bei uns bei der Schießschule Becker. Besitzt ihr schon die entsprechende Erwerbsberichtung, könnt ihr so einen Schwedenmauser, aber auch andere erwerbsberichtige Waffen bei uns über den Waffenhandel Becker erwerben. Würde mich sehr freuen, von euch zu hören. Bis dahin, alles Gute. Ciao.